Nicht viele Dinge, die so wichtig sind, lassen sich so einfach verbessern wie Ihr Schlaf. Wir zeigen Ihnen, wie unsere hochwertigen Duets und Kisten angefertigt werden. Alles beginnt mit der Anlieferung der Federn und Daunen bei uns in Schan. Diese stammen zum grössten Teil von europäischen Gänsen und Enten. Das vorgewaschene Rohmaterial wird in einem mehrstufigen Prozess aufgearbeitet. Federn und Daunen werden in die Waschmaschine gesogen. Das Waschmittel wird je nach Fettgehalt der Federn perfekt auf die Wäsche abgestimmt. Das Wasser dazu stammt aus unserer hauseigenen Bergequelle. Nach der Reinigung werden die Federn bei 100 Grad Celsius keimfrei getrocknet. Hier werden die Daunen und Feder nach Grösse sortiert. Wir unterscheiden vier Kategorien. Federn, Federchen, daunige Federchen und Daunen. Daraus werden im Mischer über 100 verschiedene Qualitäten gemischt. Sie werden zwischengelagert, bis sie zu Duets und Kissen weiterverarbeitet werden. In unserer Näherei wird eine grosse Vielfalt an Stoffen eingesetzt. Handgenäht, je nach Qualitätswunsch unserer Kunden. Verschiedene Abfüllanlagen ermöglichen die rasche Umstellung von Einzel- auf Serienproduktion. Die Federn und Daunen werden gleichmässig in den Duets verteilt. Danach werden die Decken vollautomatisch nach individuellen Mustern gesteppt. Die fertigen Kissen und Duets kommen nun in eine strenge Qualitätskontrolle. Hier werden sie auf Produktions- und Materialfehler geprüft. Dorbena ist langjähriges Mitglied des Verbands Schweizer Bettwarenfabriken VSB. Das Gütesiegel Swiss Guaranty VSB garantiert die Einhaltung der strengen schweizerischen Qualitätsnormen. Danach geht's in die hauseigene Spedition. Hier werden die Bettwaren in die passende Schachtel verpackt und etikettiert. Und dann in die Schweiz oder Länder der ganzen Welt versandt. Dorbena steht für Nachhaltigkeit. Feder- oder Daunenabfälle, die bei der Produktion entstehen, werden nicht entsorgt, sondern einem Biobauern als natürliche Stickstoffquelle zur Verfügung gestellt. Auch unser Strom ist ökologisch. Seit dem Jahr 2010 produzieren wir rund die Hälfte unseres Strombedarfs selbst mit der hauseigenen Photovoltaikanlage. Die Herstellung von hochwertigen Düvets und Kissen ist seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz. Dank unserem Know-how und unserer vollstufigen Produktion können wir Kundenwünsche flexibel erfüllen und Innovationen rasch umsetzen. Nebst unserer Hausmarke Dorb produzieren und vertreiben wir Bettwaren unter der Lizenzmarke Christian Fischbacher. Zudem stellen wir auch kundenspezifische Sortimente her. Die Ursprünge der Firma reichen ins 19. Jahrhundert zurück. Am heutigen Standort in Schahn befand sich ab 1860 eine Weberei, welche die natürliche Wasserquelle nutzte. Ab den 1930er Jahren wurden Bettwaren verarbeitet. 1963 entstand dann die Dorbena AG. Die Inhaber sind in dritter Generation operativ im Geschäft tätig und führen das 50-köpfige Unternehmen unabhängig in die Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020